Hallo und willkommen zu einem kleinen Video Und zwar es geht heute um den netten Dens Oder wie der YouTuber nochmal heißt, keine Ahnung Ich find's irgendwie Ich weiß nicht, dieser Kanal find ich immer lustig Weil der kopiert ja voll Naja Videos von mir, was ich halt echt nicht check so Ja, wie gesagt, es gibt halt hobbylose Menschen Wo halt einfach keine Hobbys haben Wo halt einfach wie gesagt nur Hm? Wo halt nur einfach nur Videos klauen müssen Und Naja, keine Ahnung, lustige Intos von mir machen müssen Und irgendwelche Ansagen von mir hochladen müssen Oder sonst von irgendwelchen anderen Leuten Also irgendwie kommt mir der Kanal hier Fast schon so unseriös wie der Kanal hier rüber Wie gesagt, wie der vom Drachenlord Also Ich glaube, die beiden sind miteinander verwandt sogar Wie gesagt Ist auch immer lustig Und Ich bin auch gerade ganz schittig im Teamspeak wie immer Sieht man ja auch hier unten Aber Aufmachen werde ich es nicht Und Ich muss ehrlich sagen Ich finde die Videos über mich halt immer lustig Das geil Video fand ich lustig Das hier fand ich lustig Ich weiß nicht wieso Aber ich finde es irgendwie lustig Dass sich jemand die Mühe macht Extra mich zu kopieren Mir noch Klicks zu geben Und so Ja Jetzt schön so Klicks abgehalten Und so Ja Das ist richtig geil Jetzt kann ich noch Krieg noch mehr Klicks Jemand macht mich im Prinzip berühmt Weil mein Video ist kopiert Ist Ey Das ist eigentlich ein Traum Ich muss gar nicht mal kaum noch Videos machen Das übernimmt ja jetzt jemand anders Ja schon für mich Indem er einfach meine alten Videos noch mal hochlädt Ja dankeschön Das ist echt geil Im Prinzip Weil Naja Ich sag's mal so Das ist ja richtig lustig Und Und bei Kanälen Werde ich noch schön beworben Also Besser geht's ja nicht Also Von daher Dankeschön Also Ich freu mich immer wie ein kleines Kind Wenn ich da sehe Wieder jemand schön Fleißig Werbung für mich macht Ja Und auch schön mit meinem Gesicht Noch so Schön so erstmal Schön mal Schön mal mir schon Klicks geben Und so Schön dass die Welt Die Welt mich bald mal kennt Und so Ja das ist richtig geil Ja Und das war's jetzt schon wieder mit dem Video Ich find Der Kanal hier ist echt Also Ich muss sagen Fast so wie der Drachenlord Hat eigentlich kaum wirklich gescheit Content Und Putscht mich eigentlich im Prinzip nur Also Richtig geil Richtig geil Und das war's wieder mit dem Video Also Ciao Leute